Heute betrachten wir den Ursprung der Wörter France, Frankreich, und Français, Française, Französisch. Wussten Sie, dass wir Franzosen unseren Namen von den Germanen bekommen haben? Doch eins nach dem anderen. Wer sind die Vorfahren der Franzosen? Die Gallier natürlich. Allen voran Asterix und Obelix. Weniger bekannt ist, dass wir Franzosen vor nicht allzu langer Zeit selbst beschlossen haben, dass unsere Vorfahren die Gallier sind. Und das, obwohl Galien gar keine klar definierte Einheit ist. Als Julius Cäsar das Gebiet erobern will, gibt es an die 85 gallische Volksstämme, die keine einheitliche Sprache sprechen und sich ständig bekriegen. Im Jahre 52 v. Chr. schlägt Julius Cäsar den Gallier Vercingetorix bei Alesia. Daraufhin wird Galien befriedet, was heisst, dass es unter römische Vorherrschaft gestellt wird. Die französische Sprache, eine romanische Sprache mit lateinischer Wurzel, ist ein Erbe aus dieser Zeit. Doch das römische Reich geht im dritten Jahrhundert nach Christus zugrunde, was tiefgreifende Veränderungen in Europa zur Folge hat. Weil die römische Legion geschwächt ist, fallen die germanischen Volksstämme und die Völker Zentraleuropas ins ehemalige römische Reich ein und plündern es. Da sind die Franken, die Allemannen, die Sachsen, die Hunnen, die Avaren, die Bulgaren, die Goten und die Vandalen, um nur die wichtigsten zu nennen. Interessant wird es, wenn man vergleicht, wie diese Periode genannt wird, je nachdem, ob man Deutscher oder Franzose ist. Die deutschen Kinder lernen in der Schule den Ausdruck «grosse Völkerwanderung», eine Bezeichnung, die einen positiven Beiklang hat und fast sogar ein bisschen romantisch klingt. Die französischen Schulkinder wiederum lernen, dass es sich bei diesen Ereignissen um die «Grande Invasion» oder auch «Invasion barbare» handelt, also die Invasion der Barbaren. Tja, im Grunde alles eine Frage des Standpunktes. Zur Erinnerung, «barbar» ist ein Wort aus dem Griechischen, das für all diejenigen benutzt wurde, die nicht griechisch sprachen. Für die Römer waren Barbaren dann alle die, die kein Latein sprachen. Während dieser Völkerwanderung fallen die Franken und die Saalfranken, ein germanischer Stamm, der auf der rechten Seite des Rheins siedelt, im dritten Jahrhundert in die Ardennen ein und breiten sich im ehemaligen Gebiet der Galier aus. Damals spricht man nur von den Frankenreichen in der Mehrzahl, später von einem Frankenreich. Die Nuance ist wichtig, der Weg zur Einheit Frankreichs hat begonnen. Im 6. Jahrhundert sagt man Franzia zu dem Königreich der Franken, das sich über ganz Galien erstreckt. Später bezeichnet man mit France die Region um Paris, wovon heute noch so mancher Ortsname zeugt, wie zum Beispiel Roissy en France. Auch in Deutschland findet man noch Gebiete, die nach dem fränkischen Angreifer benannt sind. So ist die Region Franken im Süden Deutschlands nichts anderes als das Gebiet, das die Franken zuerst den Alemannen und dann den Thüringern abgerungen haben. Im Mittelalter sagt man noch «Franc» zu den Bewohnern Frankreichs. Das Wort «Français», also französisch, taucht erst 1080 als «Français» auf, und zwar im Rollandslied, diesem grossen Epos, das von den unglücklichen Kämpfen des Ritters Rolland berichtet. Nach und nach wird «Français» zu «François» und dann zu «Français». Übrigens, «Frank» oder «Frankus» heisst ursprünglich «frei» oder auch «kühn» überlegen, ohne dass man mit Bestimmtheit sagen kann, ob das Wort seine Bedeutung aufgrund des Charakters der Franken bekam oder ob die Franken ihres Charakters wegen so genannt wurden. Die Deutschen sprachen den Franzosen lange das Monopol ab, sich als Nachkommen der Franken bezeichnen zu dürfen. Später haben die Franzosen selber Schwierigkeiten damit, den germanischen Einfluss in ihrer Herkunft zu akzeptieren. So lassen nach der Niederlage von 1871 und des darauf folgenden antideutschen Ressentiments die französischen Historiker die Gallier wieder aufleben. Die perfekten Vorfahren. Nein, die Gallier sind nicht blutrünstig wie die Franken, sondern leisten den Römern tapferen Widerstand, wie ihr Chef Vercingetorix, der plötzlich zum nationalen Helden wird. Eine Ideologie, die später von Asterix und Obelix verstärkt wird. Und dennoch, das Erbe der Franken ist wesentlich für uns. Ihnen verdanken wir die Grundlagen unseres französischen Staates. Und die französische Sprache besitzt eine ganze Anzahl von Wörtern, die aus dem Franzik, dem Fränkischen, stammen. Beispiele? Être, bourre, kommt von Estre. Fauteuil, Sessel, von Fadistoll. Framboise, Himbeere, von Brambés. Bleu, blau, von Blao. Und so weiter. Beispiele? Untertitelung des ZDF, 2020